Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wind. Breath of the Wind. Das ist so geil, wie da irgendwann mal jemand kommentiert hat, Kai, du hast Wind gesagt, das heißt doch Wild. Hallo, das kann da wohl nicht sein. So, was muss man hier jetzt machen? Irgendwo war doch hier... Ich komm nicht klar, was ist hier das Ding? Ach, ich weiß wieder, was das Teil war. Ja, 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 ich sollte vielleicht das Zyreone-Modul benutzen. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Das Ding ist jetzt hier, ich weiß nicht, hier ist dieser Jäger-Boss, ne? Wenn man stirbt gegen den, muss man alles immer von vorne machen? Ne, ne, ich glaub, du kannst... Also ich weiß nicht, ich hab nicht verloren, deshalb... Es wäre so kritisch, Alter, weil ich bin jetzt im First-Try durchgekommen, durch das Versteck. Ja. Und das wäre übelst kritisch, weil, wenn ich jetzt sterbe und er halt, ich weiß nicht, dafür sorgt, dass ich nochmal alles von vorne machen darf. Den ganzen, das ganze Versteck. Ich mein, im Endeffekt, ich kenn die Kniff jetzt ein bisschen, aber es ist trotzdem abartig nervig, wenn man das nochmal von vorne machen müsste, so, deswegen. Alter, der Schrein war so easy. Ich weiß, dass ich bei meinem ersten Walkthrough da voll Probleme hatte, aber ich hab wahrscheinlich den Block einfach richtig gut gesetzt. Ja, moin. Sehr schön. So, also. Aber guck mal, Kai ist schon bei den Jigas, das heißt, er muss gleich nur noch die Titanen, also er muss zurück zum Dings, aber das kann er sich beamen. Dann muss er auch noch schnell die Titanen-Quest machen mit dem, mit dem ihn stoppen, den Titanen, den Boss. Dann ist er auch schon wieder auf meinem Level, weil er ja auch die Schrein jetzt nicht machen muss, weil er die meisten schon hat. Alter, hält der Koga viel aus. Ja, aber du weißt, du kennst den Trick, ne? Ja, ja, natürlich, das ist sogar der Trick, der den meisten Schaden hat. Ich glaub, man muss ihn nicht mal mit Schwertwaffen besiegen, ich glaube, Stand jetzt reichen nur Pfeil und Bogen. Ja, einfach mal Pfeil und Bogen auf den Schießen, damit er sich selbst ownt, fertig ist. Ja, ja, genau. So. Drei Schreiner hab ich, fehlen noch vier. Plus der bei dem Krogwald, ne? Den hab ich nicht vergessen. Geil, der Revali. Ich wollte mal den On-Topic-Let's-Play heraushauen. Äh. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play, die Legende von Zelda. Ne, aber ich meine, immer wenn Revali sagt, Revali stumm ist breit, dann immer so zu sagen, danke Revali, schöne Sache, finde ich geil. Das hat der Drachenlord auch hier und da an seiner, immer, immer, wenn Revali stumm wieder breit war, oder irgendwer anders, meint er, danke Bruder. Richtiger Spastik, Alter. So, ich registriere jetzt mein Pferd nur, um mir einen Namen zu geben. Ups. Als ob er auch das Modul hat, Alter. Geilpferd. Ja, der Name des Pferdes soll Geilpferd sein. Geilpferd. Du hast aber auch irgendwie einen letzten Pass mit dem Wort geil, oder? Ja. Geil Kind und, äh... Geil, er ist das geile Kind, dann das geile Pferd. Ja, moin. So, ich suche noch einen Schrein. Der Boss ist eigentlich so easy. Welcher Boss? Achso, ja, aber nicht der. Koga, Alter. Also wirklich, ohne Witz, man muss gar nicht erst mit den Waffen draufschlagen, weil die, äh, einzelnen, ähm, Hauptphasen genug Schaden erzeugen, um ihn schnell genug zu besiegen, also. Ja, der Typ ist so ein Lappen, ernsthaft, also. Also, in Sachen Schwertkunst hält der extrem viel aus, aber was seine eigenen Waffen angeht, ist der übelst anfällig. Mhm. Das ist voll dumm. Ja. So, Schrein in der Nähe. Ich weiß, dass er hier irgendwo ist, ich muss ihn jetzt nur noch finden. Wo genau war er denn? Halt mal an, geil Pferd. Ich werde jetzt... Ah, da hoch, ne? Okay, Revalis Sturm. Vor allem, er hat jetzt gerade diese Kugel erschaffen, diese Stachelkugel. Und, äh, was erzähle ich das? Ihr habt es eh schon alle gesehen, aber... Darf ich nicht auch drüber lachen, hii, lustig? Nein, es ist dir nicht erlaubt. Oh. Nein, darfst du nicht. Ja, erzähl weiter. Ja. Wie er sich sein eigener Haus befördert hat, ist ein richtiger Dummkopf. Ich weiß wieder, wo der Schrein ist. Oh Gott, ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Aber ja, hier war auch irgendwo ein Bär, oder? Naja. Und hier sind die Rubinviecher, ich weiß. Da ist er nämlich drin, da unten. Ja. Und ich dachte erst mal, ich muss mich jetzt gerade übelst aufheilen und so, weil sonst ist Feierabend. Und, ne. Du kannst diesen Boss sogar easy, so easy schaffen. Das ist, glaube ich, der einfachste Boss des ganzen Spiels. Du kannst es einfach so easy schaffen, ähm, ohne Gegentreffer durchzukommen. Geilpferd kommt wohl nicht. Ach, ich finde das jetzt schon sehr schön. Das ist Geilpferd, Alter. Man kennt's. Und dann später nennt es sich dann Pferd Tendo. Ach, kann die nicht zünden, wenn sie im Wasser ist? Ja, das ergibt irgendwo Sinn. Ach, wenn ich im Wasser bin, okay. Das ergibt irgendwie weniger Sinn. Ja. Ach ja, Geilpferd wird sich übrigens bald umbenennen in Pferd Tendo, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, das werden wir vielleicht in den nächsten Parts thematisieren, meine lieben Bruts. Gangarten von Pferden. Ja, manchmal hängen sie in einer Gruppe ab, manchmal chillen sie am Bahnhof. Das sind die Gangarten von Pferden. Kennst du die zwölf kuriosen Fakten über Nacktschnecken? Nee, kenn ich nicht. Ich hab dir, glaube ich, schon mal davon berichtet, aber wir haben es uns nie angeguckt, das Video. Ich muss es dir gleich mal zeigen, dann aber wirklich. Okay, okay. Ja, es sind halt zwölf kuriose Fakten über Nacktschnecken, ne? Das, äh... Das, äh, hab ich mir schon fast gedacht bei dem Titel. Was auch immer man da sich, äh, auch drunter vorstellen kann, aber, ja. Okay. Bin gespannt. Es ist abartig, wirklich, also... Abartig lustig. Das ist gut. Ach ja, der ist scheiße. Boah, ich hasse... Ich hasse es so sehr. Nein, hä? Ich hab doch auf B gedrückt. Ja, neun. So. Puh. Seltsam. Wenn ihr sehen könntet, wie ich mich hier verrenke. Und dann fällt mir wieder ein, die können das ja sehen. Ich hab ja eine Fatze-Kamm an. Ach, je. So. Aber, es ging, es ging. Also, ich hab auch schon bei anderen Schreien, da saß ich dann irgendwie, weiß ich, muss ich mal zeigen. Wo, irgendwo, und hab dann irgendwie gehofft, dass ich da noch B drücken kann. Ja, was schreist du denn so, wenn du das sagst? Da, was könnte jetzt ein Gif machen? Ich bin ja nur am Schreien, Mensch. Ich weiß nur, dass ich einen Gif draus macht und mir das bei Twitter sendet. Ein Gif. Ein Gif. Ein Gif, also. So, jetzt kann ich dir das zeigen. So, wie mach ich das jetzt richtig? Die Truhe brauch ich zum Beispiel nicht. Ich muss ja eigentlich nur da rüberkommen. Ähm. Ich suche hier gerade verzweifelt an einer Kack-Koch-Koch-Stelle. Kochstelle. Im Gerudo-Dorf-Dörfli. Gibt's hier keine Kochstelle, Alter? Seid ihr alle... So sollte keiner. Kocht ihr, kocht ihr alle irgendwie mit Eis oder so? Ja, das hab ich auch nicht gefunden. Ich hab mich einfach woanders wieder hingebeben zum Ornidorf und hab da... Voll dumm, Alter. Ja, ja. Ich hab auch echt gedacht, da gibt's echt wirklich keine oder ich war einfach blind. Vielleicht bist du blind auf beiden Augen, einfach so blöd. Also, oh, hier gibt's einen Schreien. Äh, Lü. Oh, okay. Ich brauch die Truhe da. Na gut, das hätte man mir vielleicht auch vorsagen können. Ich dachte, das wär wieder so ein optionales Ding. Schade. Na gut, okay. Äh, was steht hier? Ja, Digi. Ja, Bruder. Wart mal, ich muss doch diese Moldora-Quest machen, oder was für ne Scheiße? Nein, 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 die muss doch definitiv nicht. Herr, lol. Ich wollt grad sagen, Alter. Aber, das ist Nebenaufgabe. Herr, lol. Nee, was genau machst du denn jetzt? Sie ist im Schlafgemach. Du kannst nur zu ihr hochgehen und sie dann nach allen Regeln der Kunst wegflanken, Bruder. Ach, die ist hier oben. Ach so, ey. Diese Höhenperspektive, äh, diese... Du kannst auch... In Breath of the Wild kannst du, glaub ich, nicht allzu gut... die Höhenmeter auf der Karte sehen. Ist das richtig? Ja. Oh, Junge, Alter. Dieses Verrenken mit der... So nett ich die Idee ja finde, dass man... dass man mit dem... mit dem Gyrosensor oder wie auch immer das ist, ne? Mit dieser Bewegungssteuerung gearbeitet hat. Ja. So scheiße ist es umgesetzt bei solchen Dingern. Ich meine, guck mal, ich lade mein Gamepad gerade auf. Ich könnte das natürlich auch ohne machen. Dann wär's definitiv leichter, aber... Keine Ahnung. Ich meine, hm. Ist auf der Karte, äh, auf dem Gamepad ne Karte angezeigt? Wo jetzt? Wann jetzt? Auf dem Wii U Gamepad. Da steht tatsächlich nur drauf. Ich kann das ja gleich zeigen, wenn ich hier fertig bin. Bitte schau auf dein Wii U Gamepad. Ne, da... Ja, ja, ne, nur andersrum. Da steht, berühre diese Schaltfläche, um nur auf dem Wii U Gamepad zu spielen. Moment. Ich hab ja gerade Zeit. Kai ist ja eh noch ein bisschen. Warte kurz. Kai, ich lass dich kurz alleine. Ja, moin. Und zwar, ähm... Geh ich mal kurz zur Kamera ran. Also, das ist... Das ist das, was man auf dem Wii U Gamepad sieht. Mehr nicht. Und wenn ich das dann halt rüber wechsel, dann sieht man halt das Gameplay auf dem Wii U Gamepad, aber halt auf dem Bildschirm, auf dem Fernsehbildschirm nichts mehr. So, ich hoffe, ich war gut zu verstehen, wenn ich, äh... Musst du halt den Sound von meiner... Von meiner Audiospur nehmen, weil ich hab mit der Kamera geredet. Jetzt hör ich dich wieder. Ich hab dich ganz gut gehört. Alles gut. Okay, wunderbar. Discord ist geil. Ja, ja, ist sehr nice. Und mein Mikrofon auch. Das ist gut. Geil, Pferd. So, das heißt, ich kann jetzt weiterspielen. Aber nur für die Leute, die sich immer schon gefragt haben, was man auf dem Wii U Gamepad sieht. Jetzt habt ihr aber dazu gelernt. Ja. Das Ding ist halt so an, äh... Hier, wie heißt der, glaube ich hier? Riju, ne? Er sah eben so aus, als sie sich den Donnerhelm aufgezogen hat. Von wegen so... Boah, ich kann zwar nichts sehen, aber der Helm sieht echt geil aus, Bruder. Geil, Helm. Ich hab jetzt sechs Augen. Oh, schaffe ich den Sprung? Ja, easy. Der Typ kann was. Easy. Kollege, das regeln wir. Ich schon kurz die Machete, dann reden wir. Boah, Kollege, ich liebe diesen Rapper. Es war Summer Jam, aber okay. Du hast Kollegah gesagt deshalb. Naja, egal. Nee, Kollegah hab ich gesagt. Ach so, ich dachte Kollegah. Das hab ich schon verstanden. Kann man mich so schlecht verstehen? Ich kenne mich mit den ganzen Rap-Tracks nicht aus. Ah, dieses... Dieses Hip-Hop. Dieser Neger-Sprechgesang. Neger-Sprechgesang, Alter. Mein Kuss. Hat das Fresh Daddy echt so gesagt? Ja, ja, Fresh, die... Haben Sie sich schon mit diesem Hip-Hop beschäftigt? Nein, noch nicht. Hat er doch nicht gezeigt? Ich arbeite gerade noch an einem Heilmittel für Krebs und Aids und ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Aber ich denke, das kann noch ein bisschen warten. Ich denke, das kann noch... Das ist so ein geiler Typ, Alter. Weißt du? Er ist kurz davor, das Heilmittel zu finden und denkt sich, ja, aber kurz noch ein bisschen Hip-Hop für die Kids machen. Und seitdem macht er nichts anderes, Alter. Ja, ich find's so herrlich. Ach, Kaddi, ey. Ich hab übrigens letztens ein neues Video von ihr gesehen und zwar irgendwie Harry Potter und der Polizei oder so. Ach so, ja, ja. Ich muss zugeben, der erste Teil davon war ja Harry Potter und der Stein auf dem Boden. Wo sie einfach immer nur Sachen in den... Richtig. ...so ein Teil mit einem Buch füttert und dann halt neue Geschichten kreatet quasi. Ich muss zugeben, der erste Teil war mega nice und danach ging's so ein bisschen langsam runter. Also es war alles noch gut. Ich sag nicht, dass die Videos mega schlecht sind, aber es war irgendwie ermüdend auf Dauer. Ich bin... Ich würd fast sagen, so Videoserien... Oder ihre aktuellen Videoserien reizen mich nicht. Aber auch da, um nochmal auf das Thema von vor zwei, drei Parts auszusprechen zu kommen, hab ich das Gefühl, Cold Mirrors Humor, mein Humor, und wir haben uns ein bisschen auseinander entfernt. Nur ein bisschen. Ich fehle aber ein bisschen. Tatsächlich. Ja. Schwierig. So, was genau mach ich jetzt? Und wo will ich hin? Und der ganze Kram. Also, ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt vier Schreine gemacht. Das heißt, ich geh auf jeden Fall nach Kakariko, um dort, äh... Um das dort umzuwandeln. Und dann such ich die anderen drei. Jeh. Von Kakariko aus, da kann ich runterfliegen. Das ist ganz gut. Brennt das jetzt? Äh, es brennt. Perfekt. So, okay, ähm... Jetzt habe ich irgendwie zig Minuten gebraucht, um ein scheiß Menü zu kochen, aber egal. Das passt schon. Es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Das ist gut. Ich habe nämlich gerade vor, mich übelst zu pushen. Lecker. Und ich habe auch noch voll viel... Ich habe eben noch in Gerusalem-Stadt Maxi-Duriane gekauft. Uh, nice. Das ist schön. Da kannst du extra Heilung. Ja, das ist wichtig. Das, äh... Will ich nämlich dann beim, ähm... Wunderbaren Boss... in, äh... Angriff nehmen. Es sind zwar nur drei, aber ich hoffe, es bringt mir trotzdem was. Zwölf Stück! Zwölf gelbe Herzen. Ey, geil. Ja, damit wird der Boss hoffentlich auch gefickt werden. Ich bin im Ententeich ersoffen. Wow. Linken. Linken. Linken, Alter. Willst du mich gerade linken? Ja. Abraham Lincoln? Definitiv. Alter, wie... Wie kann man so... schlecht sein und in diesem Ententeich da ersau... äh... ersaufen, ja. Ertrinken. Ja, lecker. Gut, neues Herzchen. Eins fehlt noch. Jetzt werde ich jetzt noch mal nachzählen. Vier... Acht... Äh... Ich bin zu schlecht, ne? Ich mach das... Ah, ja, das ist ein besserer Anderspunkt. Eins, zwei, drei... Sicher gehen, sicher gehen, sicher gehen. Immer geht's sicher gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und dann noch vier extra. Das heißt, mir fehlt jetzt noch ein. Das heißt... Glaub mir, Kleda, ich hab das gleiche Problem wie du. Ich muss auch immer so nachzählen. Es sieht zwar peinlich aus, aber es ist wirklich so. Ja, du... Das, äh... Erstens beruhigt es mich, bin ich der einzige Depp hier. Und zweitens, äh... Leute, zählt mal selbst. Zählen ist nicht so einfach, ja? Ihr hattet alle mal eure Probleme damit. Ja, gerade in Zeiten des Hip-Hops. Ne, aber... Jetzt brauch ich nur noch einen coolen Künstlernamen. Dumbledore! Oh ja, der ist gut. Ne, Moment, so heiß ich ja schon. Irgendwas mit D. Fresh D. Ach, nee, nee, nee. Er sagt einfach seinen Namen so, oh, der ist gut. Ich find das voll geil. Ich hab auch, äh... Heute Morgen, ähm... Hab ich... Aber muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich... Ich treib mich auf der Seite rum, wo es darum geht, Musik hochzuladen. Und dann wird das, wird gevotet und dann gibt's ein Ranking. Und dann, äh, bekommt man Medaillen quasi, wie gut man die Musik gemacht hat. Man kennt ihn. Kurz zusammengefasst. Die Medaillen werden dann auch quasi aus Übersee zu Kleder verschickt. Ja, quasi. Es ist also eine digitale Medaille, sollte ich vielleicht nochmal kurz dazu erwähnen. Die wird dann nur angezeigt, so. Das ist ein Sinnbild. Also geht's so ein bisschen um eine Art, äh... Ja, das heißt Battle, Battle quasi, dass man halt einfach guckt, wer ist, wer macht die beste Musik. Auch unter einem bestimmten Team. Und da gab's, äh, hab ich... Uh, ich bin dumm. Naja, egal. Äh, da hab ich heute Morgen mir die Ergebnisse angeschaut. Und, äh, gleichzeitig auch noch die Votings. Und zu den Votings können Leute Kommentare abgeben. Also nach dem Motto, äh, ja, hab ich noch irgendwas dazu zu sagen. Und eine hat zu ihrem eigenen Song, äh, zu dem sie ja, ähm, beziehungsweise... Die Regel ist, deinen eigenen Song musst du immer auf den letzten Platz voten. Also null Punkte quasi. Ja. Weil du nicht für deinen eigenen Song voten darfst. Was auch irgendwo Sinn ergibt. So. Und der Kommentar zu ihrem eigenen Song war dann, äh... Ja, also ich mag meinen Song zwar am meisten, find ihn mega geil, aber die Regeln sind, dass ich ihm null Punkte geben muss. Einfach scheiße. Was? Ja. Fand ich sehr witzig irgendwie so. Auch noch extra Kommentare geschrieben. Also mein Song ist schon der geilste. Finde ich schon geilste. Ach ja. Ja, ja. Und, ähm, die Frage ist, was hat das alles mit Tom Schniedel zu tun? Ja, ich dachte nur gerade, äh, wegen, wegen Fresh Dumbledore, der ja meinte, oh Dumbledore, der Name ist mega geil, den würd ich mir am liebsten selbst geben. So, meinen eigenen, eigenen Namen oder auch das, was ich, äh, was ich selbst bin, so, was ich am selbst gemacht habe, find ich am geilsten, so nach dem Motto. Hm. Das war die, der Zusammenhang, wenn er auch vielleicht minimal weit hergeholt war. Hm. Hm. Ja, ich bin gerade ein bisschen, äh, busy im Business. Alles gut, es regnet übrigens gerade jetzt bei mir, ne? Fun Fact. In Zelda oder auf der Welt? In Real Life. In Real Life. In Real Life. Krass. In Real Life war noch eine gute Aufnahmesession, hat Kai erzählt, dass es bei ihm geregnet hat und ich meinte, ja, hier ist gerade windig, wird wahrscheinlich noch regnen. Und siehe da, es regnet. Es hat auch übelst gestürmt. Das Ding ist, wenn ich halt mein Schlafzimmerfenster aufreiße, weil momentan ist es halt so, durch die, äh, 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 nicht gerade erwartungsvollen warmen Temperaturen, ja, Moinsen, es ist so, dass, äh, auch mal nachts wieder so 20 Grad sind, was ich halt nicht so geil finde. Und will halt dementsprechend, äh, äh, etwas kühlere Luft in meiner, in meiner scheiß Bude haben. Und... Das ist zu gut. Entschuldigung. Erzähl weiter. Achso, ich dachte, ich wäre so lustig gewesen. Schade. Ja, du auch, du auch. Aber ich, ich mache ja für diesen, diesen Stamina-Trick, dass ich reife und gleichzeitig renne und dann steht jetzt hier die ganze Zeit, geil, Pferd, hatte ich wohl nicht gehört. Ah, es ist wunderbar. Brudinius. Erzähl weiter. Okay, jedenfalls, ähm, ich möchte es in meiner Wohnung dann auch relativ cool haben, ne? Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja, ja, verständlich. So. Und das Fenster, was ich halt in meinem Schlafzimmer aufreiße, das knallt bei Sturm immer zu. Und ich packe dann immer irgendwie so einen Kack-Karton oder so, äh, zwischen Fenster, zwischen aufgerissenem Fenster und der, äh, Fenster-Garnitur auf der Fensterbank. So viele, äh, so viel oft und so oft das Wort Fenster im Wort, äh, hallo, Tendo. So oft das Wort Fenster im Satz erwähnt, Alter. Ich bin richtig, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin fancy. Fenster-Fancy. Ja. So, okay. Ja. Jedenfalls. Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Ja, ja. Es war mal so gewesen, dass es halt auch da nachts gestürmt hat und auch geregnet. Da hat es halt auch bei mir in die Wohnung reingeregnet und der Karton war am nächsten Tag richtig matschig. Äh, ätzend. Ja, ich hatte Story dazu. Ich hab mal einmal vergessen, das Fenster zu schließen, als ich hier die Uni bin und ich saß in der Uni und ich hab nur gesehen, es pisst draußen so abartig. Und ich dachte, scheiße. Oh, scheiße. Wenn ich nach Hause komme, ist mein ganzes Zimmer überflutet. Und naja, es ging, ne? Es war halt der vordere Bereich vom Fenster, also quasi, wenn ich meine Kamera umdrehen, wenn ich die umdrehen würde, würde ich das Fenster sehen, genau davor. War so ein kleiner Bereich, war halt voll Wasser, musste ich halt trocknen. War nicht ganz so cool. Oh, der Schrein. An den erinnere ich mich gut. Der war cool eigentlich. Hm. Der war cool. Und, äh, ja. Das war nicht so schön. Und ja, ich muss auch zu diesem Lüften mal was sagen. Ich hab auch über Nacht das Fenster auf. Ich war sehr froh, dass es nicht geregnet hat heute Nacht, weil... Ja, bei mir ist es halt immer so, es regnet nicht oft, aber wenn es regnet, dann geht die Luzi aber richtig ab. Das kann ich dir aber versprechen. Dann ist, äh, Feierabend. Hier ist Hamburg, hier nie selten ist die Mahlzeit eigentlich nur. Hm. Dann hast du, hast du so, so eine Mischung aus kein Regen und Regen und, äh, also richtig fetten Regen ist tatsächlich eher die Seltenheit. Ja. Sag mal, komm jetzt auch mal nach 10 Minuten Reiten auch mal bei dem Scheiß, äh, 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 Titan an. Ja, moin. Also die Sandtrobben, ne? Nicht nur, dass sie sich Zeit lassen wie sonst was. Nein, wir müssen erstmal noch, wahrscheinlich so vom Gerudo-Dorf bis in das, äh, Gebiet des Titans, äh, 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 mit den Sandtrobben reiten. Damit wir auch langsam mal unsere Scheiß-Bombenpfeile einsetzen können. Das ist doch Premium, oder? Ja. Ah, okay, jetzt gerade geht's los. Ich erinnere mich langsam wieder an den Schrein. Es wird ein bisschen dauern, bis ich da... ...komplett hinterherkomme, aber... ...ich weiß, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Let's Plan, wo ich das geschaut habe, wenig Probleme hatte. Okay, diese Niju hat auch gerade eben so, 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 mean real life, alter, uff. Hier ist noch eine Trühe, aber die brauche ich nicht. Relevantes Gewinn. Die Trühe brauche ich auch nicht. Ja, das ist doch eigentlich schon das Rätsel, oder? Ich müsste jetzt, während... Ach, genau. Während... Geh da rein! Während er sich rumdreht, muss ich rüberschwimmen und dann klappt das nämlich schon, weil jetzt geht der Wasser runter. Der Wasser. Runter. Und ja, ja, das ist das Rätselslösung. Okay, wunderbar. Das heißt, ich mache das jetzt noch zweimal. Hey, lol, das war alles? Das war alles? Lol, ich musste nur vier Pfeile werfen auf die Füße, dann easy going. Du bist schon fertig damit? Ja, ja. Was? Ich habe so lange gebraucht, weil sich die Sandroppe so schlecht steuern lässt. Okay. Nee, ich kam relativ gut klar, Amina Koi. Vielleicht sagt es auch, dass ich den richtigen Bogen benutzt habe, weil ich habe gesehen, ich glaube, mit einem normalen Bogen kamst du jetzt vielleicht nicht normal... Du konntest halt mit einem Pfeil vielleicht nicht direkt die Füße kaputt machen. Ich habe aber so einen Dreierpfeil benutzt. Also so einen Dreierbogen. Ja. Ja, das war... Ich kann doch die Sequenz skippen, Alter, mach doch jetzt. Das wird dein Vorteil gewesen sein. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich bewahre mir die ganzen Heldenwaffen oder den meisten Kran der Helden... Mh. Den meisten Kran der Heldenwaffen für die finale Festung aus. Bist du für... für Gannon... Ja, aber selbst da kannst du dich vollpacken mit geilen Waffen. Ähm. Wie geht... Ach so, boah, ich dachte gerade schon, es wäre ein... Boah, geil, Alter. Boah. Na, nicht geil, eher ungeil. Alter, regnet es gerade. Also der Sound auf meiner Kamera, wenn du es zum Synchronisieren benutzt, wird wahrscheinlich ab einer bestimmten, äh, Stelle richtig krass übersteuern, weil die Kamera direkt neben dem Fenster... Ja, ich werde... Falls du es nicht wusstest, ich werde deinen Mikrofon-Sound niemals benutzen. Den habe ich immer aus. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will nicht, dass du dich wunderst für... für Dings. Ich habe es ja auch nur drin für... für deine Synchronisation. Ja, ja, genau, genau. Das ist auch das Gute. Ich benutze auch nur von der Kamera das Mikrofon, nicht von der... von meinem normalen Mikro. Ja, ja. Das ist irgendwie voll, äh, strange. Aber dafür, dass die Kamera so weit weg ist, ist der... ist der... ist die Lautstärke trotzdem mega geil. Also ich finde das Kameramikrofon auch besser als mein T-Bone-Mikrofon, muss ich zugeben. Das ist gut, T-Bone. Von der Raumakustik, wenn du direkt vor dem Mikrofon bist und reinredest. Das ist ja mega nice. Ja, Polinius. Aber geil, kenne ich gar nicht. Okay. So, das war noch ein Schrein, jetzt fehlen mir noch zwei. Das irritiert mich auch voll mit dem... Oh mein Gott, mein Vater muss gerade nach Hause fahren von der armen Pöppenfahrrad. Yeah, ja, ja. Dem scheiß Regen... Oh Gott, der Hütte und Nacht. Ja, moin. Oder er ist schon da und hat nur nichts gesagt, weil er nett ist, dass er nicht reinkommen wollte während der Aufnahme und hat es gerade überlebt, ohne nass zu werden, was natürlich wünschenswert wäre. Ich wünsche deinem Fadurn nur das Beste. Der gute alte Fadurn, Alter. Aber ein bisschen Wasser hat ja noch keinem geschadet, ne. Meine Frage am Rande, wir können ja mal eine Community-Frage draus machen. Ja, gerne. Steht nur noch eins bei dem kleinen I ab. Nee, ähm... Und zwar... Wenn's regnet, geht ihr gerne raus im Regen oder denkt ihr an der Wasserscheiße? Oder auch, äh... zieht euch extra überall Regendichte, habt ihr ne Regenhose, zieht ihr, versucht ihr irgendwie so wenig wie möglich nass zu werden, weil ich persönlich hab kaum Probleme damit. Außer es regnet so richtig heftig, dann ist es irgendwann unangenehm, wenn man so krass durchnässt ist. Aber mit ner Regenjacke ist das eigentlich voll im Rahmen und ich geh gerne im Regen raus. Tatsächlich. Ja. Würde mich mal interessieren. Äh, äh... Was ich da auch ganz gerne mal einfügen würde. Nass, 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 nass. Nass, nass, nass. Oh mein Gott, es regnet! Ganz genau das. Ja. Oh, ich hoffe, ich schaff das. Aber hier kann ich stehen, genau. Sehr schön. Goudinius! Sieht er mich nicht? Alter, ist der irgendwie dumm? Geiler Typ. Ah, ich muss da hin, okay, Lul. Ach du Scheiße, ich schaff das zeitlich nicht. Hab ich noch Ausdauer-Ding? Ja, danke. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich schnell durch diesen, äh, 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 Titan komme, Alter. Nein, er hat mich gesehen. Oh mein Gott. Die sind jetzt viel zu schnell. Ich will den auch einfach gar nicht besiegen. Mach wieder die Standard-Taktik. Mhm. Ich hab jetzt auch grad nach drei Minuten Rumpalaverei, äh, mal den Leitstein gefunden. Ich war eben mit ner Truhe beschäftigt, die im Außenteil war, die an einem Saal befestigt war. Mhm. Ja, und, äh, natürlich will ich mir die holen, ne? Geiler Typ. Als gäbe es grad nichts Wichtiges auf der Welt. So, ich muss aufholen, aber erst mal die Truhe holen, Alter. Ja, das ist viel wichtiger. So, ich renne jetzt gerade zu Fuß. Das ist vielleicht auch nicht die beste Sache. Ja, ihr Pferd hatte ich wohl nicht gehört. Like, wenn du geweint hast. Ja. Definitiv. So, das werdet ihr jetzt ein bisschen öfter sehen, diesen, diesen Spruch. Äh. Find ich witzig. Hier. So, ich geh mal diesen Weg entlang. Ich glaub, hier ist auch irgendwas. Schätze ich jetzt mal. Ich bin mir nicht ganz... Ja, da ist doch... Ja, gut, das ist nur ne Truhe. Die man sich aber im Grunde auch generisieren kann. Ja, lecker. Mit Bomben fallen. Ja, komm, Bomben fallen. Her damit, her damit, her damit. Oh, ich hab ja gar keine Waffe. Das erklärt, warum ich dich gerade nicht besiegen konnte. Äh, lol. Ah, da. Ne, das bist gar nicht du. Ach, nervt mich doch alle nicht. Fick dich! Ja, so ein Elf war nur halt netter formuliert. Machen wir uns auf den Weg drin Richtung Wald. Der Koroks. Der Koroks, ey. Wie kann man unironisch Koroks sagen? Ich checke das nicht. Es sind Koroks, Alter. Ich kann es dir auch nicht beantworten. Genau, weil ich weiß, dass hier noch ein Schrein ist. Das ist mega gut. Hallo, Gorone. Was geht ab bei dir? Hallo, Gorone. Wenn man das auch so richtig autistisch sagen möchte. Hallo, Gorone. Definitiv. Da ist noch ein Schrein. Ich weiß nur nicht, ob da... Irgendwo noch ein... Oh, 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 oh. Ja, ich habe eine Idee. I have a nice idea. Aber erstmal laufe ich hier komplett rum, weil ich keine Lust habe, meine Ausdauer aufzubrauchen. Oh, vergiss es. Ich habe gerade mal ausgerufen. War hier nicht noch eine richtig coole Quest, die mir Rubine bringt? Nee, ich glaube nicht. Ach, ist egal. Warte, dieses Kamelschnupp gerade. So wie eine Katze. Ich habe gar nicht gehört, dass sie irgendwas gemacht hat. Geil. Bist du schon im Titan jetzt? Und machst du die Quests? Ja, ja, genau. Ich hoffe, dass das hier alles gut funktioniert. Oh, Junge. Ich muss mich wieder ein bisschen ranhalten. Am Schluss, wenn ich dann bei Gen noch irgendwie zwei, dreimal verkacke. Nein, das wird nicht passieren. Glaub mir, das ist so easy. Der hat doch nur noch seine Hälfte der Lebensanzeige. Was soll da passieren? Ja, gut, aber... Da kann man easy durchrutschen. Ich habe ihn aber auch noch nie gemacht. Noch nie. Noch nie gemacht. Ach so, ja, gut. Okay. Vielleicht, okay. Ich habe ihn gesehen, aber nie gemacht. Und gerade, da es da auch so ein bisschen darauf ankommt, dass du im richtigen Moment auch den Schild-Track machst. Jedenfalls habe ich das meist benutzt. Ist da Timing? Können wir weiter Tipps, bitte? Das oberste Tipp. Ja. Ich meine, ich müsste es ja eigentlich tun, weil du mir auch so viele Tipps gegeben hast. Na, musst du mich zwangsläufig. Ist ja jetzt schuld, wenn ich das mache. Ach du Kacke, dieser Schrein war so ätzend. Der war so schlimm. Der war sowas von abnormal schlimm. Ich komme doch gerade gar nicht klar hier. Erinnerst du dich noch an diesen Schrein, wo du eine Kugel gezielt auf eine Plattform im Wasser schießen musst? Mit dem Stasis-Modul. Das kann sein, ja. Das war so eklig, weil du halt eine genaue Anzahl an Schüssen machen musst. Hm. Ich bin gerade hier in diesem verdammten Kack-Titan und komme ich klar. Ich muss diesen Eisenhammer benutzen. So viel sicher. Vielleicht muss ich aber auch da hochgehen. Das kann sein. Ja, sprich ab, du Wichskopf. Jetzt will ich... Ich meine, du... du böser Mensch. Man kennt's. Definitiv, das meint er. Und bei weitem nicht. Dieser Schrein war ekelhaft. Ich habe da Jahrhunderte für gebraucht. Aber er liegt halt gerade auf dem Weg. Ich würde ihn schon gerne machen, wisst ihr? Mhm. Okay. Komm, klar, Bruder. Danke. So, ist jetzt irgendwas? Ich hoffe, hier kann ich jetzt vielleicht noch irgendwas finden. Nein, 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 nicht in die Richtung. Nein, nicht in die... Es ist auch so kacke mit den Zielen. Ich meine, ganz im Ernst, wer hat sich das ausgedacht? Ich habe eine Idee, wie ich besser zielen kann, aber jetzt gerade bekommen. Aber, äh, äh... Und jetzt habe ich auch noch die Mondsäbel dafür gefährdet. Weil ich in der Hektik nicht nachgedacht habe. So. Was bringt es mir hier zu drehen? Ich weiß es nicht. Ah, das bewegt... Hä, was? Das kann mir keiner erklären. Auf einmal, Rot schlingt da runter und, äh, ist okay. Aber ich glaube, die 30 Minuten sind auch schon wieder erreicht. Ja, moin. Oh mein Gott, ich hasse alles. Okay, ja, äh, dann beim nächsten Mal mache ich diesen lustigen Schein weiter. Tschüss. Ja, und ich, äh, mache diesen lustigen Titan weiter. Ich lache mich gleich tot. Hauen Sie hinein! Und dann, äh, mache ich den lustigen Schein. Und dann, äh, mache ich den lustigen Schein. Vielen Dank.